Wir wollen auf jeden Fall auch die Spiele davor, die wir nicht gewonnen haben, aber uns fehlt glaube ich im Moment ein bisschen die Leichtigkeit, die wir hatten, wo es natürlich mal gut lief, aber wir können uns da nur selber daraus befreien, am besten mit einem Sieg, am besten schon Mittwoch in Babelsberg und dann fahren wir nach Duisburg und wie gesagt, es sind noch sechs Spiele glaube ich, oder? Sechs oder sieben? Sechs Spiele sind noch acht Punkte zu vergeben und wir versuchen so viele Punkte wie möglich zu holen und ja, dann werden wir ja sehen, was passiert, aber so, wenn wir so spielen wie heute, dann wird es natürlich auch im Babelsberg-Sperr und in der Liga sowieso. Und naja, wissen wir glaube ja alle, dass wir mehr machen müssen, mehr können.